Mikrotowns 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 Ja, jetzt machen die hier erst fertig, oder wie? Das ist jetzt nicht so die Top-Idee, ne? Naja, okay, wir sind aber auf jeden Fall hier, was haben wir hier? Die Farm und da haben wir den Gardener. Ja, genau. Und wir sind hier unterwegs mit Steine klopfen. Können aber auch andere Dinge machen. Vielleicht sollten wir das mal auch in Angriff nehmen. Dann kriegen wir das an die anderen Rohstoffe auch. Doch, Leute sind genügend da. Funktioniert also. Das ist schon mal cool. Hier machen wir nur was. Rob Fields, okay. Was war das? Potatoes? Ja. Und hier haben wir Tomate und Möhren, ne? Carrots and Tomatoes, genau. Da sind wir noch nicht so... Ach, guck mal, der ist schon fertig, aber die Hütte steht noch gar nicht. Geht da denn was? Also hier wird definitiv gesägt. Achso, wir können mal vielleicht hier einen zweiten hinmachen. Und noch einen einstellen. Und hier sind ja genug Leute drin, ne? Oder? Ne, auch noch nicht mal. Einer macht das. Dann können wir doch noch einen mehr dabei holen. Und da stehen noch welche und haben nix zu tun. Wie viel haben wir denn hier so zu Gange? Trail from House. Carreras, Workers, Brothers. Okay, wir haben vielleicht auch ein bisschen knapp... Wir müssen vielleicht noch ein paar Wohnhäuser bauen, ne? Was haben wir hier denn noch so? Crary. Haben wir alles gemacht. Nächste war hier. Gardener und Farm haben wir auch. Hier fehlt noch ein Haus vielleicht. Da ist der Marktplatz. Ich würde das jetzt hier oben weiterhin stellen. Was ist das hier? Oh nee, das ist eine Kirche, sozusagen eine Friedhofskapelle oder was ist das? Aber wir haben ja da noch keine, die da was machen müssen, oder? Das ist... Letztes Mal war das noch nicht da oder doch? Weiß ich gar nicht. Okay, das kriegen wir aber alles soweit erstmal hin. Wir sind hier auf einem guten Weg. Was haben wir hier oben? Mein Ores. Okay, das haben wir noch nicht gemacht. Das ist hier auch ein Angriff. Ja, wir sind jetzt mit dem Holz knapp. Wie sieht es hier unten aus? Ist da was passiert? Nein. Kann man das irgendwie priorisieren? High Priority. Ah, da haben wir es. Und das hier ist eine Highest Priority. Aber da kommt auch schon Holz. Und hoffentlich auch hier runter. Aber wir könnten ja mal gerade hier die Straße noch erweitern, ne? 20% oder wie war das? Ja, sind die dann schneller? Ah, jetzt geht es rund. Lumberjack. Drei Leute gehen da jetzt arbeiten. Und hier fehlt auch nicht mehr viel. Dann wird das auch fertig gemacht. Läuft. Das Haus müssen noch gemacht werden. Das haben wir hier. Ein Vorrat an Holz, oder? Planks, also Planken. Und hier kommen die Steine rein. Hier haben wir Karotten drin. Und da haben wir Tomaten drin. Ach, die Kartoffeln, die kommen nirgends wohin. Das bedeutet dann auch wieder, dass wir da noch einen grünen dazu machen müssten. Ach, der ist vielleicht hier schon im Auftrag gegeben. Genau so ist es. Können wir schon auswählen, ne? Machen wir das doch. Also das ist auch schon her. Weiter. Ah, wir haben hier Provide Housing. Okay. Haben wir gemacht. Wir haben jetzt hier 10. Da können wir hier unten schauen. Mit 10 können wir aber noch nichts anfangen. Wir brauchen 20 Punkte. Haben erst 10. Okay. Das reicht also nicht. Da müssen wir noch weiter sammeln. Ja, die sind jetzt gleich hier wieder fertig. Und wir brauchen den Abbaukreis. Aber da geht nur ein bisschen, ne? Lassen wir die Sammel. Also hier müssen wir definitiv auch ein bisschen priorisieren. Damit wir nachpflanzen können, ne? Sonst haben wir ein Problem. Hier wird nämlich schon ordentlich abgebaut. Okay, wir haben da viel drumherum. Das kriegen wir hin. Straße ändert sich nicht. Hier, das ist jetzt, äh, Autorary. Das will ich jetzt aber auch nicht bauen, weil ich glaube, das brauchen wir auch nicht so wirklich. Äh, was ist hier noch? Nix. Haben wir irgendwo noch was? Ich glaube, wir sind soweit. Was wird hier gemacht? Nix. Was ist das denn hier eigentlich? Quarry. Da bauen wir noch eins, um dann, ja, was das zu machen. Was ist denn das hier für ein Geländer? Grassland. Okay. Hier ist ja auch noch Sand, ne? Kriegen wir das irgendwie auch noch abgebaut? Weiß ich nicht. Äh, dann müssen wir mal da rein. Ne, geht nicht. Das hat da nichts mit zu tun. Muss was anderes sein, oder? Was macht der hier? Der Mason wird alles am Arbeiten. Okay. Gut, das Holz wird jetzt knapper, aber hier unten geht's ja voran, weil wir hier was haben. Dieses wird jetzt auch, ja, da ist es auch schon fertig. Super. Was braucht er jetzt hier? Felder daneben zum Dingens züchten. Setzlinge züchten und er ist auch schon fertig. Forrester braucht nix. Kann man da zwei Leute reinsetzen? Nein, kann man nicht. Also er macht jetzt hier die Setzlinge. Äh, äh, die sind schon kräftig dabei. Wie sieht's denn aus mit auch Essen? Wollen wir uns nicht kümmern. Hier sind zehn. Coal and Ore. Pea Plant Trees, da sind wir bei. Farm Potatoes sind wir auch bei. Aber das ist noch nicht viel. Ja, weil die Hütte hier, die muss auch erstmal priorisiert werden, ne? Die sind ja jetzt fertig. Ja, das wird fertig gemacht, die Beete da, was das auch immer sein werden. Und hier geht nix voran, weil wir nicht abtransportieren können, denke ich. Okay, hier ist noch alles gut. Äh, wie sieht denn das aus mit... Achso, da müssen wir, glaube ich, hier reingucken, oder? A64 Mal, aber wir haben es ja irgendwo anders stehen, oder? Äh, Item Report. Sechs Planken, fünf Steine. Neunmal Holz. Tomaten. Ja, das ist das, was vor der Hütte irgendwo liegt, oder sowas, ne? Okay. Profession Distribution, okay, Carriers. Fünf von Bildern haben wir auch. Fünf, das reicht wohl. Und was haben wir hier noch? Das sind die anderen, ne? New Distribution, okay. Honig. Glory, Hope Mare. Okay, da kann man ganz viele Sachen mitmachen, cool. Äh, ja. Was fehlt jetzt dran, ne? Der ist hier gut... Oh, das ruckelt jetzt aber mit dem Mal so. Ja, hier geht auch nix, ne? Was hat er für ein Problem? Er hat keinen Abbau mehr. Und das ist da schlecht. Da geht auch nix mehr. Außerhalb der Reichweite, oder wie sehe ich das, hm? Ja, dann ist das so. Ja, dann setzen wir den wieder in dem Kreis. Aber er setzt doch schon welche, oder? Auf jeden Fall hat er den da jetzt rübergebracht. Den Setzling. Was ist das hier? Ach, den haben wir schon eingebaut. Okay, dann heißt, da müssen wir auch noch was machen. So, jetzt haben wir genug Setzlinge dann, ne? Obwohl, da müssten wir den Kreis... ...woanders hinsetzen. Vielleicht hier mehr. Warte mal, damit... ...hier so hin. Und er... ...sollte dann auch hier hinsetzen, ne? So, war das, glaube ich, ungefähr, oder? Okay, da wird gemacht. Okay, hier wird... Oh, nee, das ist Eisen, glaube ich. Da wird Eisenerz abgebaut, wahrscheinlich. Wir müssen da noch einen Weg vielleicht hinzaubern, weil der... ...müsste mal da rübergehen. Wie sieht's denn mit Leuten aus? 45 von 46. Warte, Willhausen, 46, so weiß ich was. Ja, okay. 12 tun nix. 14 tun nix. Na, super. Okay. Hier, das ist fertig. Ist auch das Richtige. Warum passiert denn hier nix? Ach so, das ist noch gar nicht so weit fertig. Das dauert noch eine Weile, bis hier... ...die Felder bestellt werden können, ne? So sieht's aus. Okay. Und hier ist aber fertig. Sind denn da keine Leute drin? Doch. Okay, aber wir haben auch hier 63. Oder ist hier unser Lager voll? 24 Karotten. Und da gehen immer 64 rein. Ne, eigentlich nicht. Ach, da wird auch abtransportiert, ne? Und eigentlich ist ja alles gut, ne? Brauchen wir mehr Träger oder so? Kann das sein? Carrier. Machen wir mal mehr Träger. Und müssen aber dafür wahrscheinlich auch noch ein Haus bauen, ne? Machen wir mal hier in dieser Straße lang dann noch. Ja, die Träger gehen auch schon los und holen Material, ja, ne? Ah, die Kartoffeln werden hier geerntet. Das erste Feld ist also wohl fertig. Hier sieht's hier mit dem Holz aus. Das ist noch gut. Und hier wird angepflanzt. Okay, das läuft, oder? Das Segelfeld ist größer, ist aber abgedeckt. Läuft. Gut, da kommen wir hinterher. Warte mal, wenn der... Da... Ne, warte, er muss ja die Setzlinge machen, ne? Okay, das Doppelte... Naja, wird aber schon werden. Der muss ja nicht so lange da die Setzlinge setzen, oder? Das ist, denke ich mal, dass die... Zwei und Einer, das wird schon passend sein, gehe ich von aus. Ach, guck mal, hier Forester. Dann können wir nur einen einstellen. Dann können die zu zweit... Ach, komm, wir machen drei. Dann haben die da genug zu tun. Aber erstmal müssen die Setzlinge natürlich kommen, ne? Hm. Das wird noch ein bisschen dauern. Das Haus läuft schon. Wie ist denn das hier mit diesem Markt? Okay, da gibt's dann... Umso mehr du machst, umso fröhlicher werden die Leute, ne? Setzen wir mal da einen hin. Ja, und dann... Ist die Frage, ob die da zwischendurch laufen können, oder ob wir eine Straße bauen müssen. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen hier so eine Straße lang, oder? Und dann da dran, ne? Vielleicht läuft das ja. Okay, Kartoffeln sind... werden geerntet und auch wieder gesät. Hier sieht's genauso aus. Die Karotten sind auch gut. Wir haben aber hier... ...unser Ziel erreicht. Wir haben alle Rohstoffe aus der Erde geholt. Und haben jetzt 30. So, jetzt müssen wir mal gucken... ...was wir hier machen können. 30. Wir können Beekeeping machen und Handling machen. Was Smelting geht und Metzen geht. Da ist... Ich glaube... Was geht denn hier? Unlock Smelting and Production Iron Angle. Also Unlock Tools made by Smith used to increase Worker Productivity. Okay. Aber das andere sind alles 35. Aber das geht... Ne, das geht auch, weil wir hier die davor haben. Und dann... Okay. Aber hier fehlt's an Dingens. Ich glaube, wir machen mal das dann. Ah, okay. Dann... Hat sich irgendwas verändert gerade, oder? Da ist was Neues gekommen. Okay. Tools kann man bauen. Das heißt, wir müssen hier... Irgendwo was... Ah, da ist ja auch ein ganzes Symbol mehr gekommen, ne? Eisen und Kohle ergibt dann... Eisen, Erz. Kohle gibt dann Eisen. Okay. Okay. Das bedeutet... Wir machen das mal hier hin, oder? Zack, kurze Wege. Und das Zweite ist dann... Ah, das ist der Schmied. Den können wir mal hier hinsetzen. Muss man da auch was... Ah, da müssen wir auch was machen. Schmelzofen, oder was, ne? Ah, okay. Dann bauen wir den da hin. Und was hat der Schmied? Der Schmied hat da auch irgendwas. Ah, okay. Dann kriegt er das da auch erstmal hin. Dann ist das schon mal gemacht. Äh, wir machen noch die Straße um dieses Haus drumherum. Würde ich sagen. Weil die laufen da ja auch rum. So, der Wald wird da angepflanzt. Das ist schon mal cool. Hier unten natürlich nicht. Äh, ich glaube... Warte, das haben wir schon erledigt. Da gibt's nix. Straße ist auch nicht mehr. Das heißt, wir sind hier bei dem. Und setzen den mal da hin. Und, äh... Dann wird das gemacht. Und der kriegt natürlich auch diese Dinger da hin. Wo er anpflanzen kann, ne? Und dann brauchen wir noch den Forester. Den setzen wir mal... Hier unten neben das Sägewerk. Und der kriegt dann... Diesen Anbaubereich. Sollte funktionieren, oder? Schauen wir mal. Ja, geht voran auf jeden Fall. Unser Städtchen wächst. Wir haben hoffentlich genug zu essen. Ja, haben wir. Wir haben noch 10 Punkte hierüber. Und, oh... Wir haben 30 Points dazu gekriegt. Das heißt, wir können jetzt was Neues machen. Was ist das hier? Unlocks, Glasprodukt. Ja, das ist ja unser Ziel hier, ne? Monument Construction steht ja hier oben. Das müssen wir machen. Das Technik cannot beat the record. Jetzt bringen wir hier Bookbinding. Ach so, okay. Der braucht das auf jeden Fall, um das zu kriegen. Weil Bookbinding, also Buchbinderei. Buchbinden im Endeffekt. Papier braucht man dann, und Bücher. Und dafür braucht man dann, okay, eine Bücherei. Bibliothek. Okay. Also eigentlich müssten wir das ja machen wohl, ne? Damit wir da hinkommen, machen wir das doch mal. So, wo ist das jetzt erschienen hier? Wahrscheinlich hierbei, oder? Ja. Was haben wir denn jetzt? Smell-Terry, das hatten wir. Das ist jetzt die Porkmell. Was brauchen die? Okay. Wasser brauchen die auch. Okay, wo bauen wir denn das so hin? Von wo? Also wir müssen ja... Nochmal. Click to construct. Das brauchen wir... Dann eine Papermüll. Und wir brauchen Hanf und Wasser. Also das haben wir noch nicht. Hier wäre Platz. Ich glaube, wir gehen mal hier so hin, oder? Gucken wir mal, was ist das? Also, da müssen wir das wieder daneben basteln. Was haben wir denn noch? Die Papermüll. Die Papiermühle. Und... Papiermühle, Sliverys, Paper Rolls. Okay, das machen wir dann mal dahin. Und... Dann... Brauchen wir das noch, was wir daneben auch bauen. Das ist erstmal gut. Das letzte ist dann der Buchbinder. Der kommt da in die Stadt. Ja, der braucht auch nix. Nur Arbeiter. Mit Tools geht das natürlich schneller. Das haben wir auch schon festgestellt dann. Okay, dann läuft das. Da sind wir schon gut unterwegs, sozusagen. Das ist ganz schön gewuselt jetzt hier. Die bauen an. Da gibt es auch das. Wie sieht es hier unten aus? Da hatten wir das auch gemacht. Das passiert auch. Ist der Förster unterwegs? Ja, der hat seinen Kreis da gehabt. Das kann ja auch so bleiben. Der Kreis deckt das ab. Ja, läuft. Aber ich glaube, wir brauchen hier mehr von den Bänden. Oder? Wie viel haben wir denn überhaupt so? 58 Leute. Eidlers. Sind nur neun. Okay. Brauchen wir also keine Leute, glaube ich. Fünf haben wir da noch. Wo waren hier die Kante? Item Report. Wir haben neun Hölzer, sechs Planken, elf Steine. Aber fertige Dinge haben wir 66. Also Steine brauchen wir nicht mehr machen. Saplings sind schon viele unterwegs. Cola haben wir. Iron Ore haben wir. Iron Ingot. Das fehlt. Karotten, Tomaten, Kartoffeln sind reichlich da. Achso, Hemd müssen wir noch haben. Wo gibt es denn das? Bestimmt dann ist ja eine Farm, sozusagen. Ah, guck mal hier. Das ist das Wasserloch, was wir noch brauchen. Also, das hätte ich schon fast vergessen. Jetzt setzen wir mal hier näher der Stadt. Und dann, please wait, auto saving. Das ist cool. Was haben wir denn jetzt hier noch? Achso, warte mal. Da können wir ja wahrscheinlich hier gucken. Da ist es nicht. Aber, da ist es auch nicht. Aber das war doch jetzt hier so ein Ding, ne? Farm. Oder Gardener. Das ist ne Farm, das ist der Gardener. Habe ich irgendwas verpasst? Oh, die Bücherei. Schreiber. Und ne Bücherei. Achso, wenn wir Bücher machen wollen, dann müssen wir da erst was reinschreiben. Dann müssen wir... Okay. Der kommt da hin. Und die Bücherei machen wir hier hin. Und dann brauchen wir da noch ein Stück Straße hin. Ja, so ist doch gut, oder? Was hat da für ein Problem? Warehouse. Achso, das hat man noch gebaut. Da kann das dann rein. Okay. Aber irgendwas fehlt mir doch jetzt hier. Oder? Lumberjacks. Oh, Mel. Die machen alle das Richtige schon, ja? Aber ich muss doch irgendwo den Hemd da. Herbs and Seedlings. Und der kann das auch. Das ist aber hier dann, ne? Das ist aber hier kein Feld irgendwie angezeigt. Oder bin ich da irgendwie falsch unterwegs? Hm, das ist doch Tomaten und Möhren hier. Oder was war der Kartoffel? Ach, das ist hier... Ah, ich hab mich mit dem anderen vertan. Und das bedeutet, wir müssen das hier noch anpflanzen. Und dann geht's dann da auch voran. So, sechs Leute. Wir haben einen eingestellt fast. Gut, das ist ja schon mal dann eine Erweiterung, die dann läuft. Hier unten Seedlings machen wir. Der Forester forstet auf. Das ist auch gut. Da wird schön gesägt. Das läuft alles. Vielleicht sollten wir da doch noch ein paar... Ja, das ist... Ach, wir können aber auch mal gucken. Warte, da gehen wir hier drauf. Ah, nee, der kann nicht. Aber vielleicht pflanzen wir da noch ein paar an. Dann geht das vielleicht auch. Weiß ich nicht. Da oben hatten wir ja schon zwei, ne? Die sind richtig gut drauf. Aber der kann da nicht machen. Und da fehlt's auch noch. Hm, müssen wir mal schauen. Aber hier geht's hoch, ne? Also ich glaube auch, wir haben kein Holzproblem, oder? Das war falsch. Da drüber ist richtig. Nee, Holzproblem haben wir eigentlich nicht. Wir haben immer noch Holzstämme. Und ja, wir werden mal dann Bretter rausmachen. Passt. Das sieht doch alles gut aus hier erstmal. Hier, da geht's nicht voran. Warum nicht? Warum wird hier nichts gemacht? Ah, da läuft's jetzt, glaube ich. Forge. Ja, das ist unser erstes hier... Tools. Erste Werkzeuge, die wir da produziert haben. Läuft also. So, was macht er jetzt hier? Wir können da ja mal noch am zweiten hinstellen, oder? Dritten. Machen wir da hin. Und er hier? Mason, den hatten wir ja schon. Achso, hier ist noch der andere. Dann machen wir hier noch den Smelter hin, oder? Der kann hier noch was gebrauchen. So läuft's doch, oder? So, da wird auf jeden Fall produziert. Wir haben noch kein Dingens hier. Unser Monument muss wachsen. Was hat man denn hier so? Monument. Cost 60 knowledge cannot afford at this time. Okay. Ja. Was sind wir hier? Unlock glass production. Clothing. Brewing, baking. Ja, ist noch mal erstmal genug. Okay, der Hanf, der wird hier angebaut. Ist das Hanf oder Flachs? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder ist es was anderes? Okay, hier sieht's gut aus. Der macht, der macht, läuft. Hier ist schick. Wir bleiben da jetzt. Noch ein Smiley gekriegt. Das heißt, wir können aber noch einen weiteren Smiley machen. Ja, machen wir noch da einen hin. Die sind dann alle schon rundherum zu. Aber wir könnten hier noch einen Beitrandstand machen. Dann haben wir die Sechse auch voll. Also die zwei Smilies. Läuft, oder? Ah, guck mal, das Feld ist fertig. Das heißt, wir produzieren doch da auch schon irgendwo was, oder? Wasser ist da. Machen wir da einen mehr rein. Haben wir noch einen? Ja. Dann sind wir hier mit der Papiermühle. Da können wir auch noch... Ach, wenn wir vielleicht einen mehr machen, sollten wir vielleicht auch das machen. Und hier sollten wir vielleicht auch zwei dann machen, oder? Und dann ist das der Buchbinder. Und der hat noch nichts. Läuft auf jeden Fall. Produktion ist am steigern. Hier ist nichts neu. Hier ist alles gut. Die Straße. Machen wir mal so. Und hier machen wir die Straße nach da. Hier ist sie. Da ist sie. Können wir da noch so, dass man da hinten hinkommt? Ach nee, warte mal. Das war doof. Kann man das auch abreißen? Ja, das wollte ich nicht haben. Das wollte ich wegmachen. Ah, jetzt hat er die Straße schon gebaut. Können wir aber auch abreißen. Weil da wollte ich ja noch zwei Felder hinmachen. Die da von dem... Ach nee, warte mal. Wir brauchen das gar nicht. Fällt mir ein. Der Markt hat zwar schon voll, ne? Genau. Dann können wir die Straße doch da hinbauen, dass man da hinkommt. Alles gut. Läuft. Die Karotten liegen hier immer noch. Haben wir keine zum Einlagern? Tomaten. Karotten. Doch, ist alles da. Wir könnten aber da noch eine Straße hinbasteln, dass die da besser hinkommen, ne? Ja. Machen wir so, oder? Die laufen da quer rüber. Ist auch gerade eingelagert, wie wir sehen. Läuft also. Hier ist auch am Vorangehen. Essen, brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Eidler sind wenig. Das heißt, das läuft auch gut. Ja, was sollen wir noch machen? Hier haben wir alles. Ja. Gut. Dann würde ich aber auch schon fast sagen, dass wir diese Runde jetzt hier durch sind, so ein bisschen. Wir haben ja noch was ein bisschen zu tun. Müssen schauen, dass unsere Produktion überall läuft. Was aber auch tut. Wir haben gerade wieder hier 20 Punkte gekriegt, die wir jetzt hier unten verbraten könnten. Wenn wir es 25 machen könnten, haben wir aber nicht. Wir können Beekeeping und Herding machen. Aber ich glaube, wir müssen erst mal hier noch ein bisschen sparen, um das zu kriegen, oder weiß ich nicht. Beekeeping, Unlock Honey Production. Okay, dann will man die Nahrungswahrscheinlich noch verbessern. Ja, müsste man mal gucken. Aber das denke ich mal, schauen wir uns in der nächsten Folge dann wieder an. Ich bin jetzt aber am überlegen, ob wir das noch hinterherziehen oder Graveyard Breaking Dead nächstes Mal machen. Überlege ich mir noch. Vielleicht machen wir hier die dritte Runde noch. Und vielleicht ist es dann auch schon damit getan und durch, dass wir unser Monument bauen können. Dann haben wir das vorgeschaut. Und ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall denke ich mal, dass wir da weitermachen werden. Die dritte Runde schauen wir auf jeden Fall auch noch an. Dann würde ich erst mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Unterstützt das Projekt, indem ihr es kauft. Und ja, der, wie hieß er noch, weiß ich gar nicht, war es Rick oder was, der uns da den Key zur Verfügung gestellt hat. Dafür nochmal danke und unterstützt ihn. Und das wird bestimmt noch ein bisschen cooler werden. Der wird bestimmt noch was machen in dem Spiel. Ich meine auch, dass ich letztes Mal am Anfang, wo war denn das hier, dieses hier nicht gesehen hatte. Ich weiß auch nicht, ob wir das aber dazu gekriegt haben. oder ob das neu reingekommen ist. Das weiß ich nicht. Okay. Dann, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch. Da würde ich mich sehr darüber freuen, dass ich sehe, dass das alles richtig ist. Und macht euch die Glocke an, wenn das nächste Video hochgeladen ist, dass ihr das mitkriegt. Alles klar. Bis dann. Tschüss.